Unweit des brodelnden Vulkans in der Nähe des isländischen Ortes Grindavik sind neue Oberflächenrisse entdeckt worden. Die größere Erdspalte hat eine Länge von rund 150 Metern. Noch vor kurzem hatten sich zahlreiche Schaulustige in der Gegend aufgehalten, um den Ausbruch aus der Nähe zu betrachten. Wir haben das Gebiet geräumt und Menschen, die sich den Ausbruch angeschaut haben, weggeschickt. Denn dort, wo sie entlanggegangen sind, sind zwei neue Spalten entstanden. Nach Einschätzung des isländischen Instituts für Geowissenschaft hat der Ausbruch an Kraft zugenommen. Der Lavastrom sei aber vergleichsweise gering und gleichbleibend. Aufgrund des Ausbruchs und der austretenden Gase wird die Bevölkerung in Grindavik aufgefordert, insbesondere nachts die Fenster geschlossen zu halten.